Hallo, ich bin Elmar und ich bin Journalistin und darf Ihnen heute die journalistische Darstellungsform Reportage vorstellen. Während Nachrichten und Berichte sachverhalte neutral aufbereiten, versucht die Reportage durch Emotionen und Atmosphäre das Erlebte darzustellen. Ich als Reporterin beschreibe die Situation, in der ich mich befinde, wie eine Sprecherin aus dem Off. Dabei fange ich wie eine Kamera das Geschehene ein. Es soll wie eine Anschauung von Zuständen und Abläufen sein. Dafür ist es wichtig, dass die Reportage das Geschehen ist so exakt wie nur möglich wiedergibt. In einer schriftlichen Reportage wird versucht, bei LeserInnen Bilder im Kopf zu erzeugen, welche sie bei filmischen Reportagen sehen würden. Der Inhalt wird als Geschichte und mithilfe von Perspektivwechseln erzählt. Dabei wird meistens nicht nur ein Blickwinkel beleuchtet, sondern hier kommen wichtige ProtagonistInnen zu Wort. Das wird durch Fakten ergänzt. Für meine Kolleginnen und mich ist eine Reportage eine der angesehensten journalistischen Darstellungsformen. Im folgenden Moodle-Kurs können Sie mehr darüber erfahren.